CompiVent – gemeinsam zum Erfolg. Eine gute Zusammenarbeit spielt eine entscheidende Rolle bei der Erreichung gemeinsamer Ziele und dem langfristigen Erfolg. Eine effektive Kooperation kann dazu beitragen, Synergien zu schaffen, Ressourcen zu bündeln und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit beginnt mit der klaren Identifizierung gemeinsamer Ziele und einer geteilten Vision. Beide Seiten sollten ihre strategischen Ausrichtungen abstimmen und sicherstellen, dass ihre Ziele miteinander harmonieren. Eine gemeinsame Vision schafft eine starke Grundlage für eine langfristige Zusammenarbeit und ermöglicht es den Partnern, aufeinander abgestimmt zu handeln. Offene Kommunikation und Transparenz – eine gute Kommunikation – ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit. Beide Parteien sollten regelmäßig miteinander kommunizieren und Informationen transparent austauschen. Offene Gespräche ermöglichen es, Herausforderungen frühzeitig anzusprechen, Lösungen zu finden und gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Eine transparente Kommunikation schafft Vertrauen und stärkt die Beziehung zwischen den Partnern. Vertrauen ist ein wesentlicher Bestandteil jeder erfolgreichen Zusammenarbeit. Wir müssen Vertrauen aufbauen, indem wir unsere Zusagen einhalten und Verantwortung für unsere Handlungen übernehmen. Durch die Erfüllung von Vereinbarungen und die Einhaltung von Standards bauen wir mit den Menschen, die auf uns setzen, eine vertrauensvolle Beziehung auf, die es uns ermöglicht, aufeinander zu zählen und gemeinsame Herausforderungen anzugehen. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit basiert auf einer Win-Win-Mentalität, bei der unsere Kunden immer von der Kooperation profitieren. Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der CompiVent bietet die Möglichkeit, innovative Lösungen zu finden, um im Alter abgesichert zu sein.